Der Löwe und die Maus Eines Tages lief eine Maus zwischen den Taten einer Löwen. Der Löwe schaute schläflich auf die Maus und ließ ihn zwischen. Die Maus beachtete sich und sagte, vielleicht kann ich dir einen Tag helfen. Der Löwe sagte lachend, wie kann so wichtiges Wesen? Wie du, dem König in die Nähe kennst. Einige Zeit später gehörte der Löwe Maus. Dabei geriet er ihren Fangenen als Jäger. Der Löwe heulte vor Schmerzen und besuchte ihn zu befreien. Aber sie lang ihm nicht. Alle Tide des Waldes kamen herbei, aber keines konnte dem Löwen helfen. Da gehörte auch im Haus das Geblüte des Löwens. Er war schnell quasi gelaufen und begann mit den kleinen besten Zähnen. Die Schmiede des Netzes durchgegangen. Die Schmiede des Netzes durchgegangen. Die Schmiede des Netzes durchgegangen. Er war sehr stark für den Glanz zu sein. Der Löwe. Er war sehr stark für eine gute Funktion. Der Löwe. Er war sehr stark für die Überschritte. Er war sehr stark für den Wirk кров herum. Der Löwe. Vielen Dank.